Ich hoffe, ihr seid soweit. Die sind gleich hier. Ist das ein Gewehr? Weißt du nicht, wie Gewehre aussehen? Eigentlich waren ja Schwerter dein Ding und knarren meins. Aber dann haben wir jetzt eben beide Knarren. War mir nur neu. Oh, das ist heftig. Ich erkenne in euch Furcht, Neid, Verrat. Es ist unsere Pflicht, das Universum von diesen Schwächen zu befreien. Also, alle haben gesagt, ihr werdet arrogante Arschgeigen. Aber das stimmt ja gar nicht. Alter! Was? Ich habe doch gezwinkert. Rude, schnell dich an! Wir retten also schon wieder die Galaxie? Ja. Der Hammer! Als zweifache Galaxieretter können wir unsere Preise richtig schön hochschrauben. Der Hammer! Der Hammer! Der Hammer! Der Hammer! Der Hammer! Auf Sie! Jörg! Manchmal merkt man nicht, dass das, wonach man sein Leben lang gesucht hat, direkt vor einem lag. Richtig. Ihr schreit euch alle gegenseitig nur an. Ihr seid keine Freunde. Nein, wir sind eine Familie. Bis auf sie vielleicht. Nach so vielen Jahren habe ich dich gefunden. Und wer zum Teufel bist du? Ich bin dein Dad, Peter.